Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ihr wisst es, ich mache keine Anlage oder Finanzberatung, ich habe keine Glaskugel vor mir stehen und über all das, was ich hier berichte, soll natürlich keine Kaufempfehlung darstellen. Und wer Abonnent bei meinem Kanal ist, hat sich bestimmt wieder mal gewundert, Alex, wieso kommt denn kein Xiaomi-Video? Klar, man sieht es ja auch an meinen ganzen letzten Videos, AMC ist das Nonplusultra an Thema aktuell. Bin ich eigentlich auch immer noch, aber viele von euch, die mich von Anfang an verfolgen, und das war ja Xiaomi, war ja mein allererstes Video überhaupt auf meinem Kanal, wissen, dass ich eine hohe Position in Xiaomi habe, die ich nicht angefasst habe, die ich nicht verkauft habe. Und ja, ich versuche natürlich über Xiaomi noch weitere Videos oder öfter Videos zu machen, aber aktuell ist halt wirklich so das Zeitmanagement ein großes Problem. Und deswegen kommt eben heute ein Video. Gucken wir uns den aktuellen Kurs an, am Freitag geschlossen mit 2,61 Euro. Und wenn man jetzt mal auf den Qualitätscheck eingeht, 10 von 15 Punkten, eigentlich sieht alles sehr gut aus. Wichtig ist natürlich immer der Wachstumscheck. Hier eben so 10 von 15 Punkten und hier muss man natürlich, also Wachstum, alles schön, aber der Trend, die letzten 3 Monate Performance minus 14%, letzten 12 Monate minus 7% und so weiter. Das sind halt die Punkte, die gerade nicht so gut aussehen. Aber ansonsten sieht wirklich alles sehr gut aus bei Xiaomi und dementsprechend kommen wir jetzt einmal auf den Chart zu sprechen. Ihr seht es hier, meine Trendlinien. Wir haben hier ein aktuell, ja, Seitwärtsbewegung könnte man so sagen, mit einem leichten Abwärtstrend. Aber das Gute ist, hier der Boden bei 3,07 Dollar ist auf jeden Fall gefunden. Der wurde jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal angetastet, 6 Mal angetastet und ist dementsprechend noch nie durchbrochen worden. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, entweder verfolgt oder geht der Weg immer hier so weiter und richtet sich nach einer Seitwärtsbewegung oder wir finden wirklich hier entweder nach unten oder nach oben. Ich glaube persönlich, es wird sich weiter in einer Seitwärtsbewegung befinden. Warum? Weil einfach aktuell die chinesische Regierung, die chinesischen Unternehmen, das ist alles gerade sehr problematisch. Man weiß nicht wirklich, was die Politik hier vorhat, inwiefern sie wo eingreifen möchte. Sie wollen ja auch eine eigene Börse eröffnen. Und ich würde, bevor ich jetzt hier einsteigen möchte oder würde, würde ich tatsächlich einfach noch ein bisschen abwarten. Klar, für die, die langfristig einsteigen wollen, absolut in Ordnung. Wirklich, absolut in Ordnung. Xiaomi wird die nächsten 10 Jahre hier wirklich ein sehr sicheres Pferd sein. Die, die jetzt hier kurzfristig trainen wollen, über ein, zwei Wochen, wäre ich wirklich ein bisschen vorsichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um hier kurzfristige Gewinne mitzunehmen. Denn man kann das hier gerade sehr schlecht beurteilen, wo der Weg oder wo die Reise hingeht. Es gibt aber auf jeden Fall sehr gute Nachrichten. Und trotz dieser Nachrichten hat sich der Kurs eigentlich nicht viel bewegt. Ihr wisst, die Quartalszahlen sind rausgekommen. Ja, da waren wirklich sehr gut. Und, aber es hat sich so eigentlich nichts getan an dem Kurs, weil viele einfach damit gerechnet haben, dass es weiterhin so, so perfekt ist. Und das gleiche ist auch die Nachricht hier, beziehungsweise Xiaomi Aktienrückkäufe, so viele Milliarden gibt der Konzern dafür aus. Also Xiaomi möchte Aktien zurückkaufen und das für insgesamt 21 Millionen Aktien Euro haben sie, haben sie ja eingesackt im Prinzip. Und es wurden gekauft zwischen 24,30 und 24,45 Hongkong-Dollar, entspricht ungefähr 2,65 Euro. Und ja, insgesamt hat Xiaomi 6 Milliarden Hongkong-Dollar rund 650 Millionen Euro an Aktien zurückgekauft. Ist natürlich nichts Schlimmes, kann jeder machen, wie er möchte. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu der wesentlichen Nachricht und zwar Xiaomi Aktien im Grünen. Erste Xiaomi Elektroauto kommt 2024. Die, die mich kennen, wissen, Xiaomi die Nachricht oder neue Nachrichten über das Auto. Jeder hat hier sehnsüchtig darauf gewartet und hier jetzt ein Datum, beziehungsweise ein Jahr festgelegt, 2024. Und sie wollen in diesem Zeitraum oder in den ersten drei Jahren 900.000 Autos verkaufen. Also das ist wirklich schon ordentlich. Und dazu wurde jetzt gestern bekannt gegeben oder vorgestern, dass die Firma Xiaomi EV Corporation gegründet worden ist. Also die, die dann am Schluss das Auto vertreiben wird. Und das sind auf jeden Fall sehr gute Nachrichten, denn einfach aus dem Grund, es geht voran. Viele haben ja schon vermutet, hm, wird hier überhaupt noch irgendwelche Nachrichten kommen. Doch, es sind jetzt endlich die Nachrichten rausgekommen. Ob es jetzt 2024 oder 2025 wird es auch egal. Die nächsten drei, vier Jahre werden aber bei Xiaomi einfach auch sehr, sehr spannend werden. Man muss halt wirklich hier gucken, wie verhält sich der gesamtschinesische Markt. Und die, die hier langfristig einsteigen möchten, sehe ich überhaupt gar kein Problem. Die, die hier kurzfristig Geld verdienen möchten, ich würde hier tatsächlich Abstand halten. Für Daytrader aktuell wirklich ein sehr leichtes Spiel. Ich möchte es euch einfach nur mal kurz zeigen im 15-Minuten-Chart. Hier kann man wirklich schnelle Gewinne generieren. Wer hier Interesse hat, ab 1.10. habe ich einen neuen Kanal, um Live-Trades durchzuführen, Live-Streams durchzuführen und hier wirklich Live-Aktien zu handeln, zu kaufen, zu verkaufen. Und ja, wer Interesse hat, ich werde auf jeden Fall da rechtzeitig Bescheid geben. Nochmal auf den Kurs zu sprechen. Ja, wie ich schon gesagt habe, die, die langfristig investieren wollen, sollten sich keine Sorgen machen. Die, die kurzfristig investieren möchten, sollten hier einfach ein bisschen abwarten. Was gibt es sonst noch zu sagen? Xiaomi Smart Factory, der Phase 2, wird voraussichtlich 10 Millionen High-End-Mobiltelefone pro Jahr produzieren. Was ist diese Smart Factory? Das ist eine Fabrik ohne menschlichen Mitarbeitern. Also alles nur mit Robotern. Und diese möchten, ja, oder die haben sogar, das ist wirklich extrem, innerhalb von 84 Tagen sämtliche Genehmigungen abgeschlossene und wollen hier jedes Jahr ca. eine Million Smartphones produzieren. Das wäre schon wirklich eine Menge. Man muss sich nochmal vorstellen, es wird kein Licht benötigt, somit weniger Stromkosten. Ja, die Menschen kosten nicht, es wird niemand krank und, und, und. Also die könnten hier entweder die Preise schenken, was sie aber nicht machen werden. Aber die Marktmarge wird einfach enorm erhöht dadurch. Und das ist natürlich das, was die Anleger alles sehen möchten. Also die Handys sind alle nicht mehr so günstig. Aber wenn hier die Marge, und das weiß jeder von uns, egal welches Produkt man von Xiaomi kauft, die Marge ist nicht so der Oberburner, außer jetzt vielleicht wirklich bei den Top-Handys von Xiaomi, aber bei den billigeren Varianten ist die Marge wirklich sehr gering. Da wird auf Masse gegangen, aber das brauche ich, glaube ich, keinem von euch erzählen. Aber wenn man jetzt wirklich durch diese Fabrik hier keinen Menschen mehr benötigt, der die 24 Stunden eigentlich durcharbeiten könnten, kann man hier natürlich in Masse extrem zu günstigen Konditionen produzieren und hat eben dadurch am Schluss eine höhere Marge. Geht natürlich auch wieder auf die Quartalszahlen aus, auf den Jahresbericht aus. Das ist das, was Anleger sehen möchten. Ich bin wirklich gespannt, wie es hier weitergeht. Ich halte euch, und das verspreche ich euch wirklich hier, versuche zumindest einmal die Woche eine kurze Zusammenfassung zu geben, wie es mit Xiaomi meines Erachtens weitergeht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.